Also ich hab tatsächlich genug zu tun, so. Also ich hab irgendwie nie gedacht, boah, mir ist zu langweilig oder so. Gar nicht. War immer was zu tun eigentlich. Ja. Langeweile war gar nicht. Ja, so langweilig ist man eigentlich auch nie. Eigentlich gar nicht. Null. Es war irgendwie jeden Tag was zu tun. Gefühlt war wirklich mehr los, als wenn kein Corona ist. Ja, überhaupt nicht langweilig. Also ich find auch erstaunlich, wie die Tage und Wochen trotzdem echt rumgegangen sind. Also eigentlich ist mein Video für uns ansonsten. Also mir ist nicht langweilig, aber ich hab trotzdem manchmal Lust auf was anderes. LSD. Easy. Laura Power. Oh mein. Reaktion. Okay, gut. Hab's verstanden. Was? Ich kann nicht mehr. Cut. Ich kann nicht mehr. Cut. Ich heiße Mira, Debbie, Annika, Misha, Patricia. Ich wohne eigentlich in Wiesbaden, aber im Moment bin ich bei Jonas. Und ich bin der Jonas. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich hoffe ja auf ein Puzzle. Aber viele Informationen haben wir nicht. Irgendwas mit Basteln, irgendwas mit Spaß, mit Kreativsein. Tischtennis. Pingpong. Bierkongspiel. Deine Kettenreaktion. Uuuuh. Das ist ein Pingpong. Oh, das ist wild. Da rollst du einen Ball los und dann gibt's Sachen, die so kippen und dann hochziehen. Okay. Gut. Hab's verstanden. Oh, das auch. Räume hinterher. Ja. Ich hab da drüben so einen Stoffhaden. 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 Ja, ja. Da kann man immer so... Okay. Den Ball hochhalten mit einem Föhn. Das ist ja auch lustig. Das ist ja auch lustig, ja. Das geht. Den Ball auf der Nase balancieren. Das ist richtig verrückt. Ein paar Küchenutentilien brauchen wir auf jeden Fall. Runter, wenn hier so... Und unsere Klopapier rollen, wenn wir noch welche haben. Oh, guck mal, ich hab schon drei Stück. Hier. Ein gutes Kapuff. Da ist so einiges. Da ist einiges von den Leuten drin. Lass uns was mit Höhlen machen. Das wird auch richtig schwer. Ja. Lass es uns richtig schwer machen. Lass es schon mal so was gemacht. Das wird cool. Super. Also richtig waktig. Let's go. Let's go. Ja, wir müssen erstmal durch alle Zimmer laufen und Dinge finden. Oh, die Leiter. Super. Du Papier rein, sag ich. Wie geil. Der landet irgendwann noch im Pool. Den Föhn finde ich super. Den sind wir auf jeden Fall beibehalten. Beibehalten? Das wäre cool. Ja. Dann lassen wir anderen Bräunen hier so runter. Da waren die anderen auch so weit los am Anfang. Der Ball liegt auf dem Föhn. Dann wird der Föhn angeschaltet. Dann so. Und dann wird der Föhn geneigt. Und irgendwann fällt er. Dann rollt er hier runter. Und dann rollt er hier in das Ding rein. Und das fährt dann los. Top. Puh. Föhn. Wir haben hier noch Skier. Oh. Schleifchen. Das ist ein Wagen. Das fährt auf den Wagen runter. Und das ist ein Schlitten. Das hat irgendwie so lange gedauert, bis wir überhaupt erst die erste Rampe da fertig hatten. Und dann dachte ich so, wow, wie lange soll das gehen? Das Wägelchen hat lang gedauert. Das Wägelchen war wirklich. Das ist jetzt halt auch was ganz Besonderes. Das war schon ein echter Schlitten. Da war eigentlich auch stolz drauf. Ach so. Und das fährt dann so darunter. Das ist ja genial. Geil. Ich will hier sowas quer bauen. Wenn der so fest ist und dann so rüber geht, dann röt der raus. Ja, aber was passiert jetzt? Und das muss nachher noch funktionieren. Das sehen Sie in der nächsten Folge. Das sehen Sie in der nächsten Folge. Das sehen Sie in einer Spieleanfolge. Das sehen Sie in einer Spieleanfolge. Das sehen Sie aus. Boah, ich habe es für Sie halt auch gefasst. Nein! Ich habe jetzt nicht so drüber nachgedacht. Wir können es auch so lassen und einfach da schon einen Trichter hinmachen, durch die Trichterfenster da rein. Wir können an der Skateboard eine Schnur machen und dadurch, dass es fährt, zieht das was anderes. Das fährt um. Hier liegt ein anderer Bein. Wir brauchen präzisere Dominosteine. Yes! Oh yes! Das ist gut! Ich glaube, es ist besser, wenn du einfach hier runterfährst. Ich glaube auch. Das bleibt richtig gut. Okay, was wird hier oben gezogen? Irgendein Stück Pappe oder so, dass der dann losrollen kann. Und dann rollt es da so rein. Ja, so eine Weilezung wäre auch cool. Weil es so hochfährt an so einer Schnur. Wenn der einfach hier so runterfällt und das Seil hängt hier oben und zieht hier was hoch. So, jetzt passt das hier an meiner Nudel fest und das wird gar kein Problem sein. Es wird funktionieren. Ja, das ist gut. Das ist so ein ganz leichtes Hindernis. Ja, doch. Das wird nicht funktionieren. Wenn du es jetzt schon dran machst, biegt sich das doch auch schon so. Echt? Okay, die Dual Nudel. Zweifach-Nudel-Dual-Stabilisierung. I don't believe in the noodles. Kann halt funktionieren. Muss aber nicht. Wir sind das Team LSD und zeigen euch heute unsere Kettenrechte. Schaut selbst. Ja! 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 Ich hab's direkt geklaut. Top! Die Wette gilt. Und dann ist es noch einfach der Kettenrechte. Ja! 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 So, jetzt geht's hier richtig los. Wuhu! Geschafft! Wuhu! Guys!